Du wirst auf eine Reise gehen, in ferne Länder. Was ist da sonst noch? Ich sehe Zufriedenheit und Glück bei dir. Es war einmal ein Psychiater namens Hector. Da war der Abend im Heimer. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Der ein erfülltes Leben führte. Scheinbar. Sie wirken etwas bedrückt. Sogar nicht ihrer Art entsprechend. Merkem! Du Blödmann, du! Ich muss ja raus. Ich möchte was erforschen. Und was? Was Glück ist. Wo soll ihre Reise denn hingehen? Ich hab an China gedacht. China. Genial. Ich komme von weit her und versuche zu verstehen, was die Menschen glücklich macht. Es ist Montag. Wir haben geschlossen. Würden Sie sich als einen glücklichen Menschen betrachten? Wenn Sie am Ende der Reise sind, skypen Sie mich an. Sie haben Skype? Business oder Vergnügen? Ich will wissen, was Menschen glücklich macht. Hey, ich bin in Afrika. Hallo, Jungs. Hey. Kommst du nach Hause? Noch nicht. Endlich kann ich zurück zu meinem bedeutungslosen Leben. Oh, Sch... Gah! Tell me, did the wind sweep you off your feet? Did you find me get the chance to dance along the night of day? Yeah, back to the heavy way. Tell me, the Phoenix bow, you're mine. Was it everything you wanted to find? Wir sollten uns nicht so sehr mit der vielbeschworenen Suche nach dem Glück beschäftigen, sondern eher mit dem Glück beim Suchen. Ease eindalender bibliografief. Denn uns nicht so sehr mit der Let sprinten, wenn du ihn we lifetime hast, was mir Lambert war. Was mir das denn orderstid dieser Vergnügen? Bis mir they壊.